So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, Challenger Climb, hier auf Heno und Rundgang. Okay, let's go. Wie gesagt, ihr braucht nur irgendwie einen Angela Merkel Spruch. Irgendwie, dass sie sich freut auf die kommende Zeit oder so. Ich habe halt kein Nitro. Ich habe nur noch einen Moment. 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 Ja, ich habe nur noch einen Moment. Ja, okay. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter, ja. We need to care. Maybe they know that we are here. Ja, because Tristan has no delay in his stream. Doch, 10 Sekunden. Oh, 10 Sekunden, wall. Und, und, Map Cover, Max. Die wissen nie, wo du bist. Das ist so krass. Alter, darüber habe ich nie nachgedacht. Scheiße. Tristan benutzt die ganze Zeit F-Tasten und zeigt die ganze Zeit trotzdem auf seinem Screen, wo du bist. Ja. Hier ist Max gerade. Hier. Ja. Ne, ich bin so. Ich bin ein oldschool Typ. Ich benutze nicht so krass die F-Tasten. Ich bin leider alt. Wait my Q. Ja, let's go. Ja. 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 Nice. Lille, warum hast du da nicht den Double E geskillt? Ich dachte, der macht mehr Damage, ne? Ne, over time, weil dein W kann die Passive dreimal procken. Oh, okay. Und auch für zwei Personen. Okay. Also wenn ich ja auch drin stehe, dann bekomme ich auch noch meine Passive für mich selber. Okay. Aber Pride, ich erwarte jetzt schon, dass du Jogga 2.000 anderen nimmst. Du kennst ja alles über diesen Champ, ne? Also wissen wir, wo war er geschlossen? Ne, er ist doch jetzt K-1-Trick, er ist jetzt K-1-Trick. Ach, ist das so? True, true, true. Ich dachte, das war ein Joke. Ich dachte, Pride wollte witzig sein. Ne, das machst du, ich mach keine Witze. Ach so. Nur dann Respekt. Pride versteht keinen Spaß. Pride versteht gar keinen Spaß mehr. Bin reformed. Level 3 ist Trassana sehr useless, dann hab ich Q. Okay. Oh, oh. Okay, in der Newe, actually. Ja, in der Newe. Oh, ne, ne. Okay. Aber top lane. Good job. I'm this game carrying, guys. Don't worry. Yeah, bring a Sprite. But you know, Bronze to the Bear in and out. Exactly. I miss Bronze to the Bear. Same. Why did you name change? Weil er 200 LP oder so war. Ludwig, warte, warte auf mich. Ich hab in 5 Sekunden meine Spells. Warte, warte auf mich. Okay, die haben dich gesehen. Ash eh. Einfach deutsch mit Ludwig. Ich find's auch so bemerkenswert einfach. Ich hab jetzt Zabria. Ah, kriegst du nicht. Oh, hier ist, hier, hier ist Wein. Oh. Ja, kann schon, ich block. Ich block. Nice, nice, nice. Okay, nice. Okay, nice. Kannst du alleine halten? Dann geh ich mit. Die hat Krabbe gemacht. Shit. Ich komm mit. Ja. 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 Ich bin da. Ich hab keine Cloud. Alles gut. Alles gut, alles gut. Max, du solltest wahrscheinlich ein Reset nehmen und dann. Ja. Die haben da wahrscheinlich ein Ward drin. Jetzt dann sein, ja. Ich bin dir. Kann halt sein, dass man jetzt trotzdem nochmal kommt. Alter, geil, Pride. Das ist ja einfach nur nice. Einmal keinen Tank. Ja. Ja. Ist doch cool. Ist doch cool. Mal schauen, ob's im Late Game auch cool ist. Du kannst gleich wieder queuen und dann können wir... Wir wissen nicht, wo die Y ist. Äh, Y sollte topset sein. Ja, topset mit? Ja, topset mit? Ja, topset mit? Ja, topset mit. Das ist Level 3. Oh Gott. Oh Gott. Wir sollten all in on Nash. Oh mein Gott. Okay. Warte mal, ich geh... 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 Oh mein Gott. Ich geh... Okay. Also wenn er bei der Crab ist kann... Ey man, dass er jede Krabbe bekommt ist frech. Scheiße. Ich baue Scheiße. Richtig viel Zeug. Ja, die Crab sind nicht mehr so richtig wie früher. Hm. Steilfuck. Ist das so? Ja, die waren cool. Insane. Jetzt sind die glaub ich nur so. Das ist nur noch Ego heutzutage. Irgendwie kleine Kudeln. Also der Skipp hat Camps für die... Für die Crab. Ja. Ist nicht unbedingt worth. Äh, du kriegst nicht die Stacks dafür? Doch. Äh, was meinst du denn? Er hat gesagt nichts. Er skippt. Ach so, ach so. Ja, das sind Camps geskippt. Sorry, österreichischer Akzent. Echt? Österreichisch vor allem. Da hat ja gar nichts gestimmt gerade. Also das höre ich wirklich sehr oft. Echt? Yep. Oh Gott. Unfortunately. Also ich kann jetzt vorpushen und mitmoven. Ja. Ich... Ich würde Autobahn preparen. Wir können's probieren. Äh, wo ist die Wahl? Äh, wo ist die Wahl? Das wissen wir nicht. Die war als letztes Spot. Ich denke mal, sie wird downcraft sein. Ja. Ich glaub, die Wahl ist Bot Ludwig. Ich glaub, die Wahl ist Bot Ludwig. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie lange ich Zeit hab wegen den neuen Waves hier. Du weißt. Ich hab B wieder in 10. 10 Sekunden für mein W. Äh, er muss halt schon... Soll ich jetzt Autobahn oder nach nem Camp? Äh, Ash... Ash eh vielleicht... Okay. I respect it. Du's push it in, dann ist's fucking insane. Ich geh auf dem Ultimate Hunter procs. Nice. Ich glaub, die Wahl ist Bot. Das würd ich spüren. Ja, ich... Ich glaub, die Wahl ist Bot. Das würd ich spüren. Ja, ich... Ich glaub, die Wahl ist Bot. Das würd ich spüren. Ich warte mal hier und dann ganke ich, ja? Äh... Das ist fein, war immer noch. Ich glaub, das lohnt sich nicht, Max. Ich glaub, du solltest wieder... Ich... I... If they wanna push in, like... We can go. Aber der... Der will best. After das. Äh... Er hat in meine Ulti geflasht. Mhm. Aber normalerweise nicht. Bei Tops hat. Ja, die nimmt wieder Krabbe. Aber dann... Dann Gromp kommt ja auch bald wieder ab. Also... Deine Camps kann ich verteidigen. Ja, alles gut. Genau wie ich... Die getoppt seid. Die getoppt Triss... äh... Pride. Ja. Triss oder Pride? Triss... Triss Pride, Digga. Triss Pride. Wir sind einfach die gleiche Person. Der ist hier oder... Golems. Ich würd sagen, wir sollten Herald on Spawn machen. Wir haben da nämlich Ultimate Advantage auf Rumble und mir. Mhm. Also TorGref ist aktuell kein Champion. Dann geh ich. Ich komm jetzt zum Herald. Aber ich glaube, ich hab's schießt. Oh mein Gott, das ist fucking live. Haha. Ich bin tot. Oh echt? Scheiße, hört ihr das oder? Ja. Haha. Okay, warte ich. WTF, man? Okay, warte ich. Ich weiß nicht, ob Herald... Ja, Herald ist jetzt ein bisschen risky, oder? Jetzt nicht mehr, ja. Ignite und Ultimate von Wire. Ich glaub einfach Bot-Side-Farmen. Wir können... Schauen, was passiert. Das ist das, was I wanted. Also wenn der jetzt Herald macht, kann ich... So, äh... Bot in... Tristan ist schlimmer geworden. Du hast in die falsche Richtung geregelt. Bin ich dumm? Du hast in die falsche Richtung geregelt. Okay. War der Top? Okay. Äh Ludwig Lassdau hat. Wen hatte 400er Shotdown? Ohne Shit. Eigentlich hab ich das nicht. Ich bin irgendwie... Keine Ahnung warum. Alles gut. Ist nicht schlimm. Hauptsache... Also Webmaster-Promo ist wichtiger. Ich sag's ihr wie es ist. Hm... Ja, ich glaube Herald ist gone maybe. Keine Ahnung, was können wir jetzt gerade machen. Ich mach Bot Clear. Dann kann ich entweder Bot ganken oder Drache. Ja, Bot zu ganken ist schwer. Die spielen die ganze Zeit sehr defensiv. Okay. Also wenn die jetzt nicht an Herald sind, können wir auch für Herald weiterhin spielen. Ich sehe Wortsma. Ja, klappt nicht, dass er auch nicht ist. Shook of Base. Okay, nice. Äh Ludwig, nach der Wave kannst du vorlaufen und ulten. Ja. Kannst die Trasana töten. Ja, aber ich kann bloats. Was müssen wir den Herald machen? Ja, komm. Wir machen den jetzt aber. Oh echt, ey? Also wir können den ohne durchmachen hier. Okay. Aber wir sind nicht weiß, maybe Bot so. Okay. Wir legen halt eine Mid-Wave, aber es ist ein Problem. Ja, eine Wave ist mir egal. Bei hier, bei hier, bei hier. 5 Minions. Und wer dann? Bei ult? Bei ult? Ja, schatz, schatz. Andy kommt runter, Andy kommt runter. Ja. Ich nehme den Herald und wir dive in Top-Land. Ah, nee, nee. Geh lieber mit. Ich will Bot-Plays machen. Oh, Mann. Oh, der ist so. Sicher? Der ist free, Alter. Andy kriegt kein Assist. Der Moment we look for something. Ja. Ich mag generell Top-Plays noch gegen Joga. Let's get farm up. Also, weil ich kann den Herald dann fressen, you know? Für den Stack. Wir sollten den Heralds Bot setzen, maybe. Okay. Wenn wir Twitch auf die Map kriegen, ist sehr gut. Also, ich kann immer move. Ich habe auch TP. Stimmt. Was willst du auf die Map kriegen, Linda? Twitch. Ich hab gesagt, wenn wir Twitch auf die Map kriegen. So. Dann ist das gut. Können Sie euch? Ja, Midland und Raum-Timers. Also, ich kann versuchen, nach der nächsten Midland-Wave einfach runterzumucken. Machen wir einen 5-Man-Player an Woppen. Ja. Geh mal ein bisschen. Zumindest 4-Man. Wir können es machen, auf dieser Wave. Pass los. Ich bin auch auf der Waffe. Level 6. Auf der Wave? Wolltest du versuchen? Ja. Aber du musst dich slowpushen. Hey, Wave crash noch nicht. Wave crash noch nicht. Wave crash nicht. Es ist eine Cannon-Wave, also... Oh, Blue-Fighting. Ja, da ist Y. Das ist wirklich schlecht für sie. Ja. Y, Blue. Add Blue. Und wir können einfach einen Bot hier. Ich kann TP'n. Brack die TP. Oder Annie hinter dir? Ich glaube, wenn die Y auf euch geht, kann ich TP'n. Ich kann auch hier TP'n. Also, ihr könnt jeden Fight nehmen. Ja. 10 Sekunden für W. TP? Ja. Wir können die Diven mit. Alles klar. Wir TP'n auch. Können wir Ash-Hütten? Bye-bye-bye-bye. Bye-bye-bye. Bye-bye-bye. Ich krieg Schalter dabei. Ich denk. Nice. Good job. Nice. Let's go team. Let's go! Okay, gimme the crown. Ole, Ole, Ole. Ole, Ole, Ole. Holy shit, ich habe jetzt vier Stacks. Nein, extra. Wow. I'm base. Okay, nice. Ist schneller das Game wieder. Alter, geil. Abfahrt. Viele Leute, die nicht 5 Mann sind, oder? Hab ich das Gefühl. Ja. Ja, perfekt. Alle nur 4 Mann. Why do you have to be mad? It's only a game. Äh, das wird richtig schwören. Alter. I wanna ping a level 9. Oh, 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 ich bin da. Okay, Ludwig, wir können maybe diven, wenn... Why nicht. Ah, das ist drüber. If he misses his Q, I can send it. Yeah. Wait, can you give me W? I can hit him, like, outside turret, yeah. Yeah, if you ult, yes. Äh, Ash, no. Got a knockback. Why behind us? How? 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 You're so done, bro. You're so done, bro. I know. Oh, he's okay. He doesn't have flash. Oh, he's fucked up. He's fucked up, actually. Soll ich schreiben, I'm base? Ich wollt die Kabe machen, Leute. Willi, 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 you tweets, dude. I'm broken, it's dead. Man, it's not dead, okay. What? What? Was man sagen, er hat sie echt hart, sie hat echt outplayed. No bad. Die Annie, oder? Ja, ja, die Annie hat mich halt outplayed. Und Ludwig, das war a kill anger. Hey, one more ult, I get lit, brook. Ja, Andy. So. Ich will jetzt eigentlich einfach roben, meine Ulti setzen. Wir spielen für den Harrod in zwei Minuten und dann enden wir damit. Da freu ich mich drauf. Komm mir auf den Top. Was? Let me buff you. Smiley, die kleine Latte. Ashtar. Oh. Clutch. I'm here, I'm here, man. Ivy, that's it. I'm going around? Yeah, you can... It's really chunked. Look, chug at him. Yeah, yeah, yeah. Yeah, he's ult after, he's ult after. Oh, I think he will miss. Madity don't get slow. Oh, no. Oh, no. I hit the base. You don't even need ice. I hit or miss. You got the Loditek wireless speed too. Like, you don't need ice. I tapped chug at as well. Okay, okay, okay. Let's go. Noted. Okay, one more ult for me. I need a... No, Madity takes, Madity takes. I'm there for tempo. Yeah, of course. Yeah, you're a support. What? He has not called show an ape. Okay. Thanks for the information. Yeah. Ah, I will not fighten. Wait, why am I getting nine eggs? One free, Akali. Mr. One free, eh? Hätte back gehen sollen. I don't want to watch it. Er ist komplett am Boden zu stören. Haha, da geht gar nichts mehr. Da geht gar nichts mehr. Ja, und da sieht man's mal wieder, Leute. Also hat er ein tolles Early Game gespielt, tolle Gangs. Aber wenn du die mentale Präsenz nicht auf den Platz bringen kannst, ist scheiße. Dann bringt dir das auch nichts. Du brauchst komplett Paket für Challenger. Du brauchst komplett Paket für Challenger. Ah, you're, you're insane. Why are those? Oh, 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 oh. Fuck. Any size? Amber. Yeah, you can kill Ludwig. Thank you. Harald in 15. Keine Ashe ult, kein Tibbers, keine Vibe. Alter, Vibe! Einfach Harald gehen. Holy shit. Ich komm mal hier. What's up is waiting on Noble? Ich komm mal hier. Ich bin Sturling. Ich war okay, diese Undir hat ja richtig Mental Breakdown. Er hat Schultz-Fernwaffe. Kill this guy. Was haben sie dir angetan, ey? Und sie so mentally defeated ist. Er ist echt insane. Wow, er ist echt insane. Er hat dich töten. Ja, er hat mich flasht. Er hat dich betät. Ich hab' dir gefreut. Bessä' ich hab' mir gefreut. Okay, wir geben 5 mitte oder was der Plan. Ich geh kurz noch mal Base auf, tippe. Ich hab mir einen Blue Pot. So, next up Drake. Ist immer so awkward, wenn die Teammates im Allshad miteinander schreiben. So, jetzt. Okay. Uh, play Seroton, oder? Ah! Oh, okay. Oh, f***. Jetzt muss ich auch ein bisschen... Oh! Das sind alle bot, actually. Ja. Okay. No, I'm gonna tank. She is also dying. I can intrude you. Okay. Ja, das war useful. Du kannst jetzt Seroton. Nein, nein. Du bist du da. I already have riot warning. Don't tell them. It's true, actually. Don't tell them to report me for fun. You can kill me? No, I'll do it. Oh, I'll do it. Oh, I'll do it. I'll do it. Oh, I'll do it. Oh shit, the damage. I got the vines. Perfect. Muss man können, Smiley. Muss man können. Jetzt fällt das sogar noch Gegner. Oh, nice. Defend the Herald. Oh, shit. Tower on him, let's get. Oh, nice resets. Schön. Geil, and Tower. Yep, it's my turn. Ludwig, you know that if you go with us, S4, then you can also kill everyone. But I can help. Yeah, but this is the Twitch moment I've been waiting for. Wait, all eyes on you, bro. You're on stream, bro, you're on stream. Okay, okay, zoom in on me, zoom in on me. I'm spiking my prey. Twitch is natural habitat. Twitch is natural habitat. Get in kills and then ghosting out. Nice, bro. Okay, I'm off. Sorry for some 1v5 action. I didn't have a wild. Digga, I'm just right in the wound. I'm just right in the wound. Okay, now it's Pringlesprite, Pringlesprite. Okay, guys, keep in mind, wenn wir jetzt nicht enden, dann shoppen wir kein Game mehr. Ja, lass das beenden. Okay, Pringlesprite. Ja, aber wo ist mein Team? Das stimmt. Lass das einfach slowpushen. Oh, die... Ich glaube, wir slowpushen lassen. Ich def einfach nur die Wave. Boah, ich wurde hier geburstet. Die standen da zu dritt. Schleib hier einfach links. Bleib links von mir. We can do this, Philipp, maybe. Wir wollen die Wave, wir wollen die Wave. Max hat dich geultert? Äh, ne. Oh, sie ultert mich, aber ich weiß nicht. Oh, sie ultert mich. Was hast du gesagt? Oh, ja, ja, okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, let's go. Weiß nicht, ob wir das so gut firsten können. Wollen wir nicht einfach für Baron gehen? Wir haben Double. Haben wir TP? Wir haben keinen TP. Lass du einfach für Baron gehen, denen rennen die Bude hin. Are we almost there? Yeah, yeah, go. So wenn wir 5 Mann sind, können wir probably finish. Okay. Okay. Nice. Okay, what the fuck? Okay, what the fuck? Was ist das? What the fuck? Das ist ein Monster. We first have to kick it. Ja, literally. Oh, no, we have ult. Okay, Baron. Okay, Baron. I'm on my way, I'm on my way. Der Turm ist halt 1 HP. Wenn ihr es irgendwie schafft, die zu killen, könnt ihr schon finishen. Ich bin auch gleich da. Ich übernehme Shugard. Ich übernehme Shugard. Die Zoom, die Zoom. Die Zoom, die Zoom. Er hat Feast, I guess. No Feast, no Feast. They ate me. He loomed me up alive. Ich habe TP in 10. Ihr könnt auch einfach trailen, wenn ihr wollt. Okay, let's go. Hey, ihr müsst schon den Turm hauen. Hit den Nexus, guess. 3 Sekunden. Ich denke, ihr könnt enden. Ich kann niemals finishen. Oh, fuck. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Oh, nein. Nein. Okay. Twitch back. Ich habe extra die gekauft. Ich kann enden das Spiel von hier mit Milieu W. Wow, du kannst auch von hier mit Milieu W. Wow. Wow. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Okay, trail start, let's 2v5. Ja? Ich habe TP in. Wenn du das machst, ich werde... Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Was will du? Exakt. Ja, ich bin wieder da. Oh? Hier ist Exhaust. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Asher, Achtung Max. Ach, diese gedeutscht. Oh mein Gott, das war so groß. Okay, einfach enden. Ich habe ult. Okay. Am Störfling hin. Das ist mal essend. LoL. Junge, dein Schall. I love Rupert. Ja, einfach wei. Ex-Packer. 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 Wait, this actually gonna be hard? Maybe? D-Dive, Dive Nexus. Haha Fuckin Tibbers durch Turmau eröffnen. Kill Danny, kill Danny. Let's reach Tibbers. Zack. So. Erstes. Master Promogame. War nicht mal eine beste Leistung, aber Sieg ist Sieg. Ich sage, wie es ist und ich bezahl ja die Leute hier auch. Also das ist ja auch ne Leistung. So, ich wähle jetzt mein Season 3-Wort aus. Season 3 wart ihr da schon auf der Welt? Ja. Ich noch nicht. Grandmaster, Master, Platin, Diamond. Ich spiele den Besten. Bei mir hängt es irgendwie auf 7%. Oh, scheiße, Mann. Warum jetzt? Du weißt es, du kannst oben nicht auf dieses... Nee, ich kann gar nichts. Ich kann nicht mal Taskmanager gerade machen. Okay, ja. Welche Studio bist du? Studio 2. Muss ich PC jetzt neu starten, wa? Ja. Das ist doch nicht euer Scheißernst. Jawohl, ich bin hier in der Master-Promo. Zweites Game. Keine Zeit. Muss in 13 Minuten im Meeting sein. Und jetzt crasht hier das erste Mal der PC. Das erste Mal. Das ist wieder so typisch. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Also hier, die Technik. Äh, die unterstützt mich nicht. Fuck. Alter, jetzt höre ich euch nicht. Das ist ja insane. Egal, ich gehe jetzt erstmal ingame. Hö, wie krass. Alter. Heftig. Alle. Riot hat auf mich gewartet. Warte. Hört ihr mich? Ja, wir hören euch. Geil. Okay, Abfahrt. Riot Games. Ich habe angerufen. Die haben gewartet. Schön. Krass, wie lange habt ihr im Loading-Screen gehangen? Heftig. So, dein Recording restarted jetzt? Nö, das läuft weiter. Ist ja auf einem anderen PC. Oh. Da kommen wir jetzt schön sehen, wie ich den PC neu starte und alles. Technology. Hm, okay. Final Game. Oh. Ja, also ihr müsst das Game carryen. Ich spiele gegen Darius. Ich habe keinen Bock. Na, du hast Bock, aber du siehst die Herausforderung. Ja, ja. Du willst das Match-Up einfach üben. Ja, also ich werde mein Match-Up-Limit testen. Äh, hättest du nicht mit 12-Bog spielen sollen und für Ignite, okay. Probable, ja. Oder Comet. Comet, geil. Es gibt so einen Ornn-One-Trick, der Comet geht in so Match-Up. Wie ist das denn? So wie Comet auf Sion oder Malphite. Ludwig, warum hast du Heal dabei? Kein Cleanse. Oh, weil du dachtest, dass die Samira Exhaust hat. Er sollte Black-Limit testen. Ja. Willst du schauen? Ja. Ich will nicht in den Weg-Up-Limit testen, aber ja, nein, ich kann. Das ist schlecht für sie. Ja. Ich schädelte jetzt. Ja, das ist gut. Okay. Ich schätze, dass ich für Konkust das zu tun habe. Ich habe noch ein Heal. Ja. Oh, shit. Wait, did I miss XP? Ja. Ja, I missed a lot, actually. Okay. Let's go. Oh, es ist real witzig, wissen, wa? Oh. Nicht, dass jetzt der Jungler kommt. Oh, shit. Nein. Egal, das passiert im besten, Tristan. Tut mir leid. Macht nichts. Ich habe das Play auch gefühlt. Ich habe es gesehen. Ist jetzt gefrozen. Ich glaube, ich kann sie jetzt hier. Ich kann jetzt hier ein Level-Head-Con. Ich bin jetzt gut. Ich bin jetzt gut. Ich bin jetzt gut. Ich bin jetzt gut. Denk dran, ne? Jarvan. Ich glaube, du solltest es matchen, aber guck mal, der NHP an. Wir können es nicht verlieren. Und ich brauche das. Ich brauche jetzt auf jeden Fall diesen Genschen Gang. Haben die Bot gelischt oder so? Nee. Das ist nichts über den Jungle. Jungle-Bot. 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 Das ist okay. Ich komme hin. Ich komme hin. Ich kann auch moving. Ja, wir können das. Oh, hier ist no flag. Oh, keine Flagge. Keine Flagge. Er hat keine Flagge. Du musst flashen. Hast du flash? Ja. Ich kann noch mal Q'n. Cool? Ja, nicht zu deep gehen. Oh, Lantern. Gut, dass ich nicht geflasht habe. Ich muss auf jeden Fall schnell mitleinren, sonst fahle ich zu viel. Oh, ich bin in Level 3 nach zwei Minions. Oh, Jarvan ist drin, Nächster. Wir können das Wort klären. Ja. Ich gehe Autobahn. Ja, Jarvan ist immer wieder. Ich glaube, sie wollen uns in pushen. Ja, ich glaube, Maximus muss aufpassen. Die hatten da ganz kurz noch Vision. Also, die wissen jetzt nicht mehr, was du hast. Ja, dann mach ich Gromps und geh zurück. Ich meine das immer ganz kurz, weißt du. Ah, ja. Das Wort geklettert. Dann gehe ich Gromps und geh back. Ja, alles gut. Wobei, eigentlich will ich eher bei 1200 Gold. Ari ist topseite. Er hat die Kramp genommen. Darry ist Kramp. Wenn du direkt auf den Kennen will ich schauen. Ah. Ari ist topseite. Ja, ist klar. Okay. Ja. Ich bin da. Okay. Chill, chill, chill. Ich bin da. Fuck, sorry. Es ist okay, es ist okay. Push die WLF. Ah, ich habe sie. Ja. Geil, perfekt. Das ist trotzdem gut. Ich denke, ich könnte auch kept running. Probably. Oh, fuck. Du bist tot. No flash, Armin. Nice. Oh, Tristan. Oh, no, me. Oh, me. Oh, God. Oh, God. Ich kann hier ein Bot kommen mit Ult. Okay, okay, ich mag es, Krimi Sprite. Ja, kann ich Samira W? Wir können es, wir können es. Kann ich es? Ja, ich bin nicht mal hier, aber... Ja, ich bin nicht mal hier, aber... Ja, ich bin nicht mal hier, aber... Kann ich die Wave pushen? Ja, kann man, kann man. Ja, der kann man flash. Okay, ich bin top. Ich bin top. Ich kann tanken, ich kann tanken. Ich tank auch. Oh, shit. Die Tanks, aber... Ah, die Lupin moved runter. 15 Sekunden. No, go bot, go bot, go bot! No, too late, too late. Too late, too late. Oh, bro, that's so bad. My Wave, my Wave. What the fuck? No, man, you got my Wave. Second TP? No, I... Bro, I'm reporting you. So tilted gerade. Na, 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 na. Wenn du jetzt noch stirbst, dann... Was passiert? Ich check gar nix. Ich check gar nix. Ich check gar nix. Wir machen da übelst die Kills, auf einmal sind alle tilted. Ja, weil er top gegangen ist. Ja. Und meine Wave genommen hat. Ja, aber am Ende muss man auch das große Ganze sehen. Das ist hier meine Master-Promo. Es solltet um mich gehen. Oder nicht, Freunde? I'll be aware of, buddy. I'll be aware of, buddy. I'll be aware of, buddy. I'll fix this for you. Bro, you're... Oh fucking stupid. The Thresh had flashed it up. Was? Oh my god, the Thresh shot. Oh my god, the Thresh shot. Okay. Shit. Ja. Du kriegst den Blue direkt. Oh, da ist ein Draven. Oh. Nice. Alter. Support, by the way. Stop, trotzdem. Ich eile. Nice. Wenn du noch den kennen haben willst, ich bin gleich da. Okay. Warte, ich hole mir Krabbe. Der kennt ein Stück davor, der kennt ein Stück davor. Scheiße. Ja. Tristan, ich hole mir Krabbe. Dann kannst du Wave machen in der Zeit. Ja. Dann geh ich Blue. Okay, Krabbe ist weg. Oh, Pride. Ich wäre gleich... Ja. Wir haben nicht, dass er fighten will. Ja, ich bereite dir zum Blue vor. Wir können aber... Ja, wir können danach Herald machen. Ich muss base'n. Trash can flash. Darius muss eigentlich base gehen. Da ist keine Ult. Ja. Er ist ziemlich just, dass wir den Herald fight. Tristan, willst du Blue? Okay, Trash. Trash. Ich bin auf Map. Muss Botlane aufpassen. Trash. Move jetzt. I meditated. Ich bin bald Six, dann kann ich ulten. Du kannst voll und sobald zu des East. So ist es so schön. Okay, nice. Okay, nice. Ich kann... Ich kann... Ich TP auf den bot. TP auf den bot. Okay, dann block. Oh my... So what? How did it... How did it do, actually? Er... I don't know. Hat das Auge getroffen, oder? Ah, das one. Ja. Das Auge ist mehr als smite damage. Somehow it went through. My bad. I thought you were going to the Herald. Was? Ich hab da Fyrsys. Not the worst. Die haben Herald bekommen und Dings. Ach das Schade. Er ist gestorben, aber ja. Legend. You returned the favor. I returned the favor, my friend. I got a load of my bad. I don't know how that's sound. I don't know. Was just... I should have caught it. Was gehst du für'n Mythic, Trisha? Ähm... Wahrscheinlich loodens oder so. Ich frag nur für... Trash kann Mitte sein. Upgrade Value. Äh... Ich werd hier Mitte für ne Ult schauen. Die Arya hat keine Ult. Äh... Okay. Du musst den Stun... Ohne Stun glaub ich... Über den nicht gehen. I know, I know. Darius ist im River? Ich lauf einfach mal vor. Können maybe chumpen. Trash rechts mit Lantern? Trash ist hier, ja. Ohne für mich. Ich farm gerade noch. Ich hab noch Ulti-Mate dabei. Oh mein Kammion. Okay. Was sollte ich machen? Botlane-Gang? Ich hab Ulti-Mate für Top. Wenn du denkst, du kannst ihn ulten mit meiner Ult. Dann kann ich... Du farmst erst an der Topside-Camp. Mh... 8 Sekunden. Also du kannst deine Ulti schon mal schießen. Wenn die trifft, dann Ulti. Also... Ich hab die reinfuckst. Ich ulti hierhin. Ich ulti hierhin. Ludwig, are you fighting, Bot? Ja. Okay, okay, okay. Oh, oh. Jump behind you. I should be fine. You have flash, right? Ja, ja. Maybe you can kill him off. Ich komme ab. Oh mein Gott, Alter. Ich eile. Ich eile. Ich bin so insane, Alter. Let's go. Holy fuck. Er hat alles benutzt, wenn ich weiß. Ja, die hole ich jetzt ab. Ich bin so insane, man. Ich bin so insane, man. Ich bin so insane, man. Ich bin so insane. Ich muss da aufpassen, ich kann nur slowen. Perfekt. Soll ich runterkommen, damit wir nicht mehr Blades bekommen? Geil. Aber ich kann jetzt ulten. Ich ulter auf Samira. Ist auch nice. Ja. I'm just playing black. Ich glaube, es ist der erste Herald, der je gegen uns gesetzt wurde. Ja. Very good. Trash was up here. Ja, immer. Auch jeden. Ja, look for Trash, maybe. Ja, 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 ja. Er ist walking here, er ist walking here. Kannst du move? Ich kann move, ich kann move, ne? Trash was, kein Flash. Ich move back. Ich move back. No Flash. No Flash. Nice guess. Nice. Wonderful. Okay, soon Autobahn. Oh fuck it. Taps it. Wir outscalen die for sure. Ari ist, ich glaube ein B ist. Könnte aber nicht irgendwo hinrennen. Hat die oben geultet? Ja. Der hat geultet und geflasht. Und Pride hat's überlebt. Und dann ist sie geschoben. Und dann ist sie geschoben. Ich komme auch mit zu. Ich dachte nicht, dass sie schon wieder ult hat. Warte. Ich bin gleich da. Oh. Oh, hab ich geflasht. Max. Einmal weg jetzt, oder? Ich hab die. CDR Boots, I guess. Wenn er reinjummt, maybe kann ich ihn. Dann kann ich auch queuen. Ich könnte Darius auch hier. Darius ist auch da. Darius ist auch da. Ich hab TP. Ich hab die Niemann hier verbraten. Samira might greet für den Spot 3. Ja, wenn die greet, kann ich TP. Ja. Ich kann auch den Dragon ulten. Oder ich kann auch den ulten. Oder ich kann auch den ulten. Vielleicht können wir auch TP für den Drake fight, wenn sie die greet. Ja. Ja, ich meine die Mitte wollen die auch holen. Okay, nevermind, nevermind. Ich verspür mich. Ich könnte es trotzdem okay sein. Nein, 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 nein. Aber Blades, aber Blades. Und unser Ohr ist so fucking strong. Und Max ist so strong. Ja. Ich würde super fat sein. Wir können Luka, Max. Haas Slash, Haas Slash. Okay. Okay. Ich kann TP right now. Ich glaube, Ari ist... Also, Ari war half-life. Oh, du bist zu gut. Ah, mein Bad, mein Bad. Äh, Lele, wir können das spielen. Ich habe ein TP-Word dahinter. Okay. Ja, 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 ja. Let's go. Okay. Das ist ein Tafes. Das ist ein Tafes. Ne, kein Flush. Kein Flush. Oh, nice. Echt W? Kann ich nehmen oder willst du? Ja, nehm du, nehm du. Ich renne top lane. Vielleicht kann ich den Tower retten. Ich glaube, du musst den besten. Du kannst die Bots bleiben. Ja, das ist safe. Ich habe auch keine Ult. Josh kann Mitte sein, so. Ich bekomme eine extra Pläte. Das ist so. Ich habe eine Ulti. Ich habe zwei Pläte. Ich habe zwei Pläte. Gold und 20. Fuck. Oh. Let's try. No. Oh, Javi, behind you? Ja, aber... Du kannst Fisk mehr holen. 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 Ich habe so viele Gold. Ja, JARB ist in der Top selber. Ja. Ja, okay. Ich kann ihn auf. Ich kann nicht wirklich fisk. Ich habe meinen TP. Ich habe meinen TP. Oh, nur JARB. Oh, nur combo, nur combo. Ja. Oh fuck, ich glaube ich brauche mich gar nicht mehr. Noch? Ich habe den gleichen Flaggen. Ich habe den gleichen Flaggen. Nice. Go push. Samira war bottled. Javi, Mitte. Können wir die machen? Ja, ult. Die hat Ulti, meine ich wahrscheinlich wieder. Samira ist hier im River. Ich move jetzt hier auch mit. Ich fange gleich ulti. Ist nicht so weit. Wir können aber Samira killen, Leute. Ich habe gleich ulti. Nur W. Es ist lustig. Oh boy. Ja? Wir müssen scalen. Wir machen halt das online. Wir müssen ein bisschen chillen. Wir hab' auch ... Ich hab zwei Alters. Das Problem wäre lieber der Dragon sein. Glaub ich das Problem wäre der Dragon zu sein. Wir müssen 1 Dragon holen. Ich glaube wir brauchen 15 Minuten. Ne, war das bei dir. Wir brauchen einen Dragon irgendwie. Für mehr Zeit. Ja, also wenn wir einen Catch oder so finden, können wir den Break spielen. Aber 5w5 erleden. Ja, ja, ne, ich sag nur, wir müssen einen, den Nächsten halt irgendwie versuchen zu snacken. Ich glaub, wartet einfach, bis ich hier einen Move hab. Und wir spielen halt einfach nur mit Ornode. Ja. Ich kann sideline gehen, ich kann einfach mit deinem Lime. Ich move hoch. Ich glaub, mit Jumos hier bin ich... Äh, ich move, ich move, ich move. Ich bin fine. Du hast plant. All you. Also du dachtest, er geht dahin oder? Ja, ich dachte, er läuft nach unten. Ja. Aber eigentlich dachte ich auch, ich bin weiter genug. Das ist stupid, ich hab zwei Items, aber ich gewinn halt einfach nach 2w1. Im Champion. Wir haben halt auch nicht so gute... Oh, hier ist Thresh. Ja, der hat keinen Flash. Mit aufpassen, aber aufpassen. Ich komm jetzt hier mit. Wir wollen keiner, wir wollen keiner fighten. Ja, ich bin dead, sorry. Ich hab 20 Sekunden noch gehört. Oh, hat er gut gebaitet. Wir wollen nur versuchen, unter dem Turm zu fighten, immer. Wir haben einen Herald hier. Ich move dann. Ich bin auf dem Weg, aber der Turm ist gorn auf jeden Fall. Wollt in 10. Oh, wir haben einen Combo-Load. Trash, still no Flash, if you find something. Ah, Samira kann ich noch meine Ulti-Dw1, so... Sorry. Vielleicht weiß er das nicht. Ich hab meinen nächsten Power Spike. Ich hab jetzt zwei Items für den. Ich bin quasi even mit Ari. Oder sogar Tick Ahead für den Dragon Fight. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ist es chill? Oder... Also, ich hab jetzt... Zwei Items. Ja, deswegen, ich weiß nicht, wie strong ihr seid. I have 2 Items, Power Spike. Also, ich bin as strong as it gets. Zwei Items mit Upgrade. Ich hab jetzt Blade und bin dadurch eigentlich ziemlich stark. Wir können noch die canceln hier. Ich kann die ulten. Soll ich bitte ulten? Oh, fuck. Das war ein... Maybe auch ein Ari. Let's get over it. Ultimate Forsten is insane. Oh, we can kill actually. Das ist gut, das ist gut. No Samira. We should defend mid-Wave. If Samira walks up here, no W Samira, by the way. We just got solo on Drake. Just do solo Drake? Ja. Okay. Wir müssen ne Helfen, wir müssen ne Helfen. Ja, aber es sollte gut sein. Just hit front, hit front, hit front. We kill first, ja. We keep start actually. Flash stories. Nice Flash. Amira, no Flash? Okay, dann go too deep, dann go too deep. No Flash, that's fine, that's not a skill. Das war, das war grad Samira Flash. Wir brauchen noch den Dragon-Nur. Samira Flash, Dragon Flash, Dory Slash. Alle beim Dragon-Helfen, alle beim Dragon-Helfen. Bot-Wave, du kannst schon Bot-Gain. Okay. Okay. Bobs. Ja, jetzt hab ich erst Power-Spike. Ja, nice, good job. Samira, careful. Seid jetzt nicht over-conned, wir müssen trotzdem noch versuchen zu scalen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ne gute Win-Con, weil wir 5 Minuten nochmal extra haben. Die haben alle geflasht, außer Ori. Ich stopp's dir ihr Base nochmal, ich kenn's dir, ich deal Lazy nochmal. Nice. Sick. Und First Strike. Oh. Shit, ich hab mich aufgepasst. Okay, ich muss Bot-Gain action. Keine Ult. Die Villa hat den Tower. Versch noch Versch. Ja, Riss-T, das kann ich ultch. Das ist okay, man. Ähm. They're all topside around you, Smiley. Ja. I like Bot-Snet. Okay, watch out for Baron. If we die now, they can live from Baron angle. Doris ist top ohne TP. I think me and Smiley just can't die right now. Because, so we can stop the Baron. Best case. Also Darius is top ohne TP. We can just start the spin. I mean, if they walk up near there, I think you can still ult. Samira, no cleanse, but I can also just flash on her. Yeah, on Orn ult. Like, if you Orn ult, then you time the flash W. Like, she's so fucked. I mean, she will W. I'll just ult here for now. Okay, TP. Okay, okay, okay. Don't go to... It's fine, it's fine. I think she dies. I think it's good. Is she? Yeah, yeah, she's dead. Darius, front to back, front to back. I'm dead, I'm dead. He gets reset. He gets reset. Okay. You will. What? That's my bad. I gave her dash. I gave her dash. I have so shit built. Shit. Still want... Can I nash? Yeah, I think... Nash is gone. It's good. Pitiful? Chilliger. Masse mit ein bisschen poke, weil... Yeah, poke. Ja, poke. We're all gonna, right? ...so, hard. Die müssen in all in mit der an kommt, wenn die nicht in all in, dann haben die hat keine chance. nach der die arie ist geflasht das alles was die 10 Sekunden, das ist ein Dash. Er hat nicht Dash, oder? 7 Sekunden, 7 Sekunden, hat die W? Ja, W, oder? Wie ist das das? Nashi ist Dash. Ich habe gleich Ult. Ja, f*** es. F*** du! Immerhin kein Burry. Ich liebe es. Wir haben gleich Ornn-Upgrades. Ich meine jetzt gleich 14. Ich brauche noch mehr Gold für das Item hier. Wie gesagt, ich weiß es echt schwer gegen der Kompad versucht so lange wie möglich mich poken zu lassen. Einfach ein, zwei Crews und diesen Half-Life. Nur wenn wir Insta-Fighten bin ich halt echt üßles. Lilip, du bist der Einzige, der ein Mythic hat. Nice. Also, Yo-Mo, das Upgrade ist sowieso broken. Das ist sehr okay, ja. Benutze es und dann kannst du es nachmachen. Ich glaube wir brauchen eventuell auch Healing Reduction, oder? Gegen Samir. Du bist nicht Healing Reduction, was ist das? Hm, es ist nur VT. Ich glaube es ist fein, oder? Mhm. Also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass das Healing das Problem war oder so. Okay. Let's try to poke. Wir geben nämlich den Drake, spielen für Top Tower, I think. Trash ist hier, versaut wegen Hook. Wir müssen den Bot catchen, also. Ich kann, ich habe TP, ich könnte es catchen jetzt. Äh, die haben Nash-Area gesweept, also. Ich glaube ich muss es eigentlich. Haben wir eine Ult oder Blood Trinkets? 20. Wir haben nichts. Ich ultere da hinter, glaub ich. Die sind super slow, ne? Sie sind super slow, ne? Soll ich da hinter ulten, zum sehen? No, no, just chill. Äh, they're probably on it now. Da, die way Darius is loading. Ja, ja, haben wir solltest glaubt. We should go Darius'AULT. Ich ultere da hinter, ich ultere da hinter. Gucken ob die tram sind. Woh, ist die nicht da? und die was ist das was ist das big shot nice geil top line to him fck this strike i think we can play tier 2 like the drake is not even yeah yeah actually we can keep going mid lane, inne i can def mid i can def mid i mean if they go 5 i can't i think it's fine in the west this is not huge ok base is kinda gone do you have upgrade ready and muddy uh no i don't just kill them just killing they can't maybe max can kill them cancer don't go don't go just take a recall don't know what's there i have it soon i need like one wave solo or no yeah i'm gonna flush it's gonna flush it's gonna flush he's gonna flush oh yeah i have one i have one pink what ah good call big shot Ich habe meinen ersten Minus wieder. Samira ist hier. Ich will jetzt hier eigentlich reinlaufen. Ich glaube auch. Ich sehe. Wieder ein bisschen abfragen lassen. Am besten. Oh my god. Oh shit. I am in. Oh nice dude. Aber ich werde sterben hier. Vielleicht kann ich dir helfen. Kannst du hier rüberkommen? Samira? Samira? Oh my god. Holy shit. Vielleicht nicht zu viel. Flash out. Ich habe noch Qs, aber das ist alles. Also ich kann ihn an. Er flasht auf mich, er flasht auf mich. Jetzt kann er dich campen. Vielleicht spielen wir mit range. still. Oh you can't, you can't. She's dash away. Nice, nice. Oh shit, die Raptor, Alter. Oh my god. Können wir hier rauskommen? Nein. Oh shit. Samira hat jetzt Stopwatch oder... oder GA. Sobald du Death Cap hast, das ist einfach GG, oder? Ja, ich glaube, wenn ich Death Cap habe, das ist big. Aber ich glaube, ich komme da nicht rechtzeitig hin. Ja, die werden jetzt nashen. Ich hab TP. Die waren... dead. Kannst du die Pflanzen nach oben hauen? Die haben den Warden einfach cleared. Okay. No flash Darius. No flash flash. Ich habe keine ult. Kermit, Kermit. Ja, I got my driver. I'm chilling. Wow. Okay, they started already. But Samira is far. Avi is sitting here. Avi is sitting here. You can look Avi. Maybe. Where's Samira when she walks in, Filip? What do you think? Yeah, 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 yeah. I look Samira, I look Samira. Yeah. Hot, 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 hot. Yeah. I'm just gonna ult. I'm just gonna ult. 7 pick on ult. It's good. Trash is chunked. Samira also. Nash is 2k. Play for steal on 5v. Just play for 5v. Just play for 5v. Don't focus on... Slowly, slowly. No W, Samira. Slowly, slowly. Oh, shit. Only Samira, only Samira. Samira's done. Samira's done. You are one first. You are one first. Like we will get Samira after. Can we look? Oh, shit. What? They took plenty. They would have to get riffed. Okay. I think it's fine. I think it's okay. We will not let them get soul on this Gucci. Probably not. Wait, Samira flashed, right? Yeah, she did. We need to get our bases before soul. Most important. We can take this tower on this minion. Yeah. You have demolished now. You don't need me, right? I want red and... Column for my own best. It's bad, it's bad, it's bad. Yeah, you shoot me, okay? When Samira no flash now, but she has GA. Okay. I'm bleeding. Okay. 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 We're on the base. We're on the base. We're on base. Yeah. We're on base. We're gonna have the zone. Yeah, it's not so good for me as in the fight. We're on base. We're on base. I mean, should we? Look at our waves. Maybe we just drop it. Oh, careful. Well, maybe I should go top and then TP into the fight? Yeah, you should go top for sure. We need her. Yeah, we need you here. For sure. Samira is split again here. I feel like Sean. Is he fighting right now? We're good. I have no vision. I mean, I will play here. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. I still have stopwatch. Jarvan. 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 Let's go Jarvan and peel back. Jarvan and peel back. Maybe we can help Wallstone. I beat through. Oh, fuck. Aries. Aries, one HP. Aries, one HP. Slowly, slowly, slowly. Watch Samira. I can stun her. I still have stopwatch. I still have stopwatch. I still have... I get an E after. She doesn't get reset. I can stun her. I can stun her. I can stun her. I can stun her. If she jumps in, I can stun her. But she will... You want me to go in? No, 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 no. No flash for, okay? Yeah, that's good. Nice. Woooo! Let's gooo! OUULTER! Was ist das für ein Krimi? Okay, go drag. EISKRONE! 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 Von ALDI! What is an EISKRONE? I don't know. It sounds like a beer. EISKRONE! It sounds like a coin. Holy shit, unmute you, unmute you, unmute you, unmute you, unmute you. Hast du jetzt endlich ein Mythic? EISKRONE! What is this fucking build, man? Du kannst deine EISKRONE upgraden, aber du hast auch keinen Mythic. Hast du jetzt endlich den? EISKRONE! EISKRONE! It's like Luden's Angle, I think. Yeah, Luden's Angle. Ja, oder Night Harvester, honestly. Okay. Alter, was ein Krimi. Hat sie mir denn ein bisschen XP? Ja, hat sie. Ganz am Ende. Max, komm mal zu mir, ich kann deinen Rage-Split upgrade. Da ist top. Können wir für den Turm gehen, oder nicht? Javan ist top, by the way. Samira war hinter ihr. Tower haben wir, also wir sollen jetzt auch wieder groupen. Krass, danke für das Upgrade. Ich hab ult. We can siege, und ich will just ult Samira. She will be first to W, and you can ult. Like, if she walks up again. Yeah, that sounds good. I can also ult in, I have GA now, so they don't reset. Oh, oh, sorry. I can bounce it on them, you know? Ah, true, true. I also have ult now. There is a spot. There is a spot. I will look to ult here. Okay, it's fine, it's fine. Don't go. He's holding it. If she walks up again, I will ult by the way. No lantern. No lantern. Hier, Javan behind. Look at me, guys. Okay. I am watching you. I'm not going. I still have GA. Look, Samira, Samira, Samira. No flash. R. I have a W. Nice. I have W for R. I can go R. Hit tower, hit tower, hit tower, hit tower. I can kill her. I can kill her. Yeah, yeah, yeah. You got it, you got it. Just defend the wave. You can finish me. I will stop them. I will stop them. I will stop them. Stop the force. Stop the force. It's only Gavan. If he combos in, I can E him. Yeah, stopwatch, okay? Yeah, just focus on Vaif. If he walks like here, I will stun him. Okay, go for him. Okay, I don't know where Darius is. I break the wall. I don't see him anymore. I think Darius is behind you guys. Ahri is in base. I can stun Ahri. I can stun Ahri. Darius behind us. Can you turn on Darius? Can you turn on Darius? Yeah, Darius. I have the Kites. Open Nexus or kill Darius? Okay, I just need to finish. Focus on End. Focus on End. Get Master. Get Master. Nice! Oh my god. Ciao, guys. I need to bus. Yeah, ciao. I need to bus. We need to go. Get the bus fast. Yeah, okay, okay. Sorry for making one game hard. Okay. Come back to Master. Thank you. Ice Krona. Gigi. Wo ist er da? Oh my god. So. Was ein Game. Machen wir nochmal einen schönen Screenshot. Und dann ab ins Meeting. Ja, klasse, 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 klasse. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei dem nächsten Video, I guess. Und folgt bei der Eintracht rein. Schaut bei Tristan vorbei. Wir haben auch tollen Merch bei der Eintracht. Alles mögliche. Split geht wieder los oder läuft wahrscheinlich schon. Äh, ja. Tschüssi. Ich geh jetzt in die Eistonne. Ciao.